Hallo Leute, heute mache ich Part 3 von einem Video, dass ich hier draußen wieder vlogge. Und heute mache ich ein bisschen Tüffling, ein bisschen Kontroll, Schießen, einfach fast das gleiche wie das letzte Mal. Und ich habe auch in der Zeit, wo wir kein Video gemacht haben, gebetet, dass der Corona mal weg geht und so, damit wir mal draußen ein Spielfeld spielen können und ein Turnier haben, wo ich mehr Tore schießen kann. Und ja, jetzt fangen wir mal an mit Tüffling. Ich habe ihn mal getroffen, weil er erst getroffen ist, es war ein bisschen schade. Aber ich mache noch mal. Jetzt schwinge ich oder schiefe? Lass mal sehen, wie ich kann. Und ich habe den Kasten gelegt, bin ich hier reingegangen. Jetzt machen wir noch mal. Jetzt die dritte Übung. Und das ist so, um den Ball zurück durch. Machen wir durch die Hütchen. Und versuchen zu, der Ball zu holen. Einen Schritt, Schießen. Machen wir da. Jetzt machen wir, wir gehen da durch. Das Gericht. Ja. Und der Ball. Das Gericht. Jetzt machen wir noch ein bisschen. Okay. Jetzt machen wir die Flasche noch mal durch. Okay. Jetzt machen wir die Flasche noch mal. Jetzt weiß ich es noch mal. Lass es rein. Und ja, der war ziemlich schön, finde ich. Und jetzt machen wir die nächste Übung. Das ist Bike-Haut-Wohre und Skill noch dazu. Und los! Ich weiß nicht, wie viel das war. Ihr wisst, weil ihr die Feld seid. Ich mache es noch mal. Leute, jetzt mache ich hier einen Schub. Und der soll hoffentlich sein. Ja, und der war drin. Dann kommen wir zu der allerletzten Übung. Und das verrate ich euch noch nicht. Jetzt verrate ich euch gleich. Ah, der war ein bisschen so gekurvt. Ich muss mich fragen. Das war's heute. Das Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie ihr wisst, ich habe ja die Wochen lang, also die Tage, wo ich kein Training gemacht habe, gebetet, dass Corona weggehen kann. Und wir Turniere wieder können. Und ich Tore machen kann mit unserer Mannschaft. Und wartet ab nächste Woche. Dann mache ich noch ein Video. Bestimmt mehrere. Und ja, tschüss Leute. Bleibt gesund. Co где und geschenkt. Aber bekanntlich, dass sie nocheinigt. Wie tr kamera. Vielen Dank.